Danke! Und Mr. Jessie ist nicht nur eine wunderbare Country-Sangere, sondern auch eine ganz begleitete Songwriterin. Und eines meiner absoluten Lieblingssongs, die Sie geschrieben haben während der Zeit, die wir uns jetzt kennen und auf die CD, auf die neue Release einschaffen, das ist das nächste, Birds. It goes like this. Die Musik Was the flower in the morning skies? I'd rather be here home than tonight. I should have stayed as much of my life, I'd better live in the sky. Amen. 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 Amen.